Leiden Sie am Depressionen? Sorgen? Go Fish! Langweiler? Stress? Überproduktion? Bist du Chinesisch? Keine Sorge. Es gibt Hoffnung. Deutschklasse kann helfen. Jetzt kannst du aus dem Schrank kommen. Konsultieren Sie nicht einen Arzt vor der Einnahme von Deutsch. Fragen Sie Frau Doktor Frau, ob Deutsch richtig für Sie ist. Kann so Gerinnfügen gehen? Verschwinden führen? Überbrechen Sie nicht die Einnahme von Deutsch, wenn Sie Lagerauswirkstunden verschwinden. Hey! Get out, get out! Get out of the closet! Gremlin! I'm the closet Gremlin! Come out! Walk away, walk, keep walking, go, go. Keep going, keep going. Leave the classroom. We all did this. We all did this. Let's keep walking. Go, yep, yep. And, 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 yes. We all did this. Deutschklasse gave me a cookin'. Deutschklasse hat meine Taipei Personnelität reprägert. Uh,德文科在這個高中, 嗯, 我真的學了好多的文, 其實我會說德文了. 但是我現在是真的說中文, 所以我也不太知道我會說德文, 但是現在是說中文. 我也會英文. Yeah. 我懂琅琅 因為英文 fant 모宴, 萬物這樣跳來自較多 寶寶韆 Drive 是會散 Kas防的效果 寶寶, Jodeln! 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 One more time. Jodeln! Exponente Schienbeine, saisonale Verwirrung, das Aufkleben von Uhren, sterrende Gesprächstimmen, polnische Leute, die mit ihren Zusammenstilen Photosyntheser, Horsturz, Beringerte Fassungskraft, Gedachtnisverlust, Verbinder mit Schlafen, Beringerte Appetit, Erwohntwürdenappetit, Eredbarkeit, Aufregung, Wachlosigkeit, Schemzungszwankungen, Depression, Frustration, Gefühlswagwogen, Spontengelaster, Unarticulat Sprechen, Roter, Kann Deutsch richtig sprechen nicht, Kann nicht in Klassen bleiben, Nur was ist das? Albträumer! Erschlossfung Und Toten! Erschlossfung 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 allwerf Ein, Erschlossfung Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.